Hör mal ins vor der Kitzel, du schon nur einen Boss. Willkommen zu meinem Video, meine Freunde. 6ix9ine will seinen obdachlosen Vater nicht helfen. 6ix9ine, was ist los, Mann? Das ist dein Vater, der hat dich großgezogen. Hat dir alles gegeben, du kannst dir nochmal was zurückgeben. Das verstehe ich nicht, Mann. Familie ist doch das Wichtigste, 6ix9ine. Stell dir mal vor, du wärst an der Stelle und dein Vater würde dir nichts geben. Das wäre doch auch nicht schön. Ich will dir ja kein Moralapostel sein. Ich will dir nur ins Gewissen reden, dass Familie das Wichtigste ist, 6ix9ine. Was soll denn das? Man sollte Respekt vor seinen Eltern haben und die auch unterstützen, wenn sie gerade nicht so viel Geld haben. Verdammt nochmal, Familie ist heilig. Warum machst du so? Du darfst nicht das Karma vergessen, damit am Ende trifft dich das Karma, 6ix9ine. Überleg, was du tust, Mann. Das kann gefährlich enden, Mann. Na gut, das ist deine Sache, dann trifft dich halt das Karma, aber damit musst du verdammt nochmal leben können. Okay, meine Freunde, das war so ein Video von 0 und post. Abonniere gleich nicht wenigstens, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.